Andreas, ich bin schon gespannt und neugierig. Sag nochmal vielen Dank und das Mikrofon gehört dir. Vielen Dank, Elisabeth, für die netten Einführungsworte. Du hast es schon gesagt, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, mit was ich euch hier vielleicht etwas irritieren kann und ins Nachdenken bringen kann. Und dann ist mir was eingefallen, was wir bei uns damals, als wir mit der Transformation begonnen hatten, ein ganz großes Thema hatten, das so nach einigen Wochen der Initiierung des ganzen Themas Beta und was ist das überhaupt, so durch die Flure waberte und glaube ich ziemlich viel auch beschäftigt hatte. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist ein Thema, was ich hier in der Community auch immer wieder an verschiedenen Ecken wahrnehme. Und dann habe ich gedacht, dann rede ich doch heute mal darüber, wenn ich die Gelegenheit habe. Wie gesagt, ich höre es auch hier in der Community immer wieder und ich lese es auch da an verschiedenen Stellen in den sozialen Medien. Sätze wie Alpha oder Beta, das ist doch gar keine schwarz-weiße Entscheidung. Das ist mir alles zu dogmatisch hier, hier gibt es sogar kein richtig und falsch. Oder diese Beta-Leute, die lassen keinen Diskurs zu. Oder was ich auch immer wieder gerne höre, auch gerade so aus der Berater-Ecke. Man muss schon mal schauen, was sich umsetzen lässt, was ist denn realistisch. Und wenn man halt nur ein paar Elemente machen kann, ist das ja auch schon gut. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt in den nächsten Minuten gerne mit euch teilen, warum ich die Frage eben Alpha oder auch Management oder Taylorismus, könnte man es nennen, so nennen wir es hier in der Community eben Alpha oder Beta. Diese grundsätzliche Frage, warum es aus meiner Sicht genau eine Entscheidung zu treffen gilt, nämlich was will ich? Will ich Alpha oder will ich Beta? Und hier ist mir wichtig zuerst mal zu klären, dass wir hier in der Community, und wenn wir über Alpha oder Beta reden, eigentlich immer um die Frage reden und diskutieren, was gestalten wir eigentlich? Und wir reden über Systemgestaltung, also Organisationssysteme zu gestalten. Und damit reden wir immer über die Arbeit am System und nicht irgendwie in dem Organisationssystem. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass sowohl Alpha als auch Beta für sich genommen erstmal total konsistente, stimmige Systeme sind, die durch Prinzipien oder Gesetze, wie man es auch immer nennen will, man könnte es vielleicht auch nennen, diese Prinzipien bilden so eine Art Paragraphen in einem Grundgesetz. Und diese definieren sozusagen den Denkraum, wie wir überhaupt dieses System, dieses Organisationssystem denken können. Und diese ganzen Grundprinzipien definieren oder leiten unser Denken. Unser Denken, wie wir Organisationen denken, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir handeln, wie wir miteinander interagieren. Und es sind also die Basis, welche Strukturen wir erschaffen und welche Denkmuster wir in unserem Kopf bilden. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir nehmen mal Beta als Baukasten und sagen, wir nehmen jetzt da irgendwas raus, was uns gerade passt, dann verkommt Beta zu einer Art Baukasten, das kann man schon tun. Und dann kann auch sein, man nimmt da was raus, was in die richtige Richtung geht. Also wenn wir zum Beispiel Boni oder Incentives abschaffen in Organisationen, dann ist das sicher eine gute Sache. Oder es gibt auch Organisationen, das höre ich immer auch, habe ich selber auch in der Vergangenheit gehört, ja, das Ganze hier, das machen wir ja gar nicht, das ist ja alles übertrieben und wir sind ja eigentlich schon Beta. Dann ist die Frage, ob das wirklich stimmt. Denn nur etwas abschaffen oder etwas nicht machen, was wir mit Alpha verbinden, heißt noch lange nicht, dass man eine Beta-Organisation vor sich hat. Es geht nämlich an sich nicht darum, irgendwelche isolierten Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, wir schaffen jetzt mal den Bonus hier ab, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter, ist richtig. Aber es geht ja darum, wie wir das ganze Organisationssystem denken und welche Prinzipien, welche grundsätzlichen Rahmen wir uns für Zusammenarbeit geben, wie können wir eigentlich interagieren innerhalb unserer Organisation. Und ich denke darauf, dass sich Alpha und Beta ganz grundsätzlich unterscheiden, brauche ich hier nicht tiefer eingehen. Ich denke, es ist allen klar, wer sich trotzdem intensiver damit auseinandersetzen kann, dem kann ich zum Beispiel diese Broschüre empfehlen, das ist die Broschüre Nummer eins vom Beta-Kodex Publishing, die zwölf Gesetze des Beta-Kodex. Da wird sehr detailliert und an vielen, vielen Beispielen die Denkarbeit unterstützt, was ist eigentlich Alpha und was ist Beta und wo unterscheiden die sich auch. Die Unterscheidungen sind ganz wichtig fürs Verständnis. So, und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wir würden quasi eine Mischung in der Organisation bauen, so eine Alpha-Beta-Mischung, dann hätten wir das Problem, dass wir ein so inkonsistentes Organisationssystem hätten. Also es entstehen Widersprüche, die daraus entstehen, dass wir irgendein Thema haben, ein Prinzip, ein Grundregel in der Organisation, die halt mit den anderen nicht vereinbar ist. Und diese Widersprüche führen dazu, dass das Organisationssystem einfach nie eine Stabilität bekommen kann. Das wird immer dazu führen, dass sich Menschen fragen, ja, was jetzt? Wollen wir Transparenz oder wollen wir keine Transparenz? Wollen wir jetzt zentrale Steuerung oder wollen wir Dezentralität? Und insoweit wird sicher schwierig, so Dinge wie ganzheitliche Leistungsfähigkeit, gute Zusammenarbeit, Selbstorganisation, Verschwendung reduzieren, in Zusammenhängen denken können, ganz generell, oder auch eine Art sicheres Umfeld zu haben. Wenn man sowas möchte, und ich glaube, das möchten wir alle, und es braucht auch eine gute, leistungsfähige Organisation, dann brauchen wir so einen klaren, nachvollziehbaren, verständlichen, konstanten Rahmen für unser Handeln, für unsere Entscheidungen, für unsere Interaktionen. Und das kann eben nur gelingen, wenn auch die Grundgedanken, die Grundprinzipien, die sozusagen die Basis sind, auf der unsere Organisation stehen, wenn die konsistent und in sich schlüssig sind. Mich beschäftigt dann auch immer die Frage, warum ist es eigentlich so schwer, sich da wirklich, wirklich drauf einzulassen? Und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, na ja, zuerst einmal brauche ich überhaupt die Bereitschaft und das Verständnis, dass ich überhaupt in Systemen denke. Also dieses Denken ist an vielen Stellen nicht geübt. Wir lernen es teilweise auch in Schulen und in Hochschulen überhaupt nicht. Und dadurch, dass es nicht geübt ist, ist es vor allen Dingen eins, es ist wahnsinnig anstrengend. Und dann höre ich auch häufig so Sätze wie, ja, eigentlich ist es mir zu anstrengend, also bleib mal lieber im System. Es ist bequemer und natürlich ehrlicherweise auch viel leichter zu verkaufen. Es ist als Berater viel leichter zu verkaufen, es ist als Vorgesetzter in der Organisation vielleicht an seine Mitarbeiter zu verkaufen. Wenn man einfach im System bleibt und nicht die ganz grundsätzlichen Fragen stellt. Für mich ist es so ein bisschen so wie beim Thema Digitalisierung. Ja, das ist auch so ein tolles Plastikwort. Dahinter steckt an sich sowas wie Innovationen, die eine weitere Zunahme der Automatisierung zur Folge haben. Und daraus ergeben sich Veränderungen in den Marktbeziehungen, bei den Geschäftsmodellen zum Beispiel. Andere Geschäftsmodelle werden ermöglicht, andere sterben aus. Aber das ist auch nichts Neues, das gab es schon immer. Und wird es auch immer geben. Aber es ist halt anstrengend und es bedarf auch wahrer und teils auch sehr spezifischer Könnerschaft, um zum Beispiel ein neues Geschäftsmodell zu denken, zu erfinden. Und da ist es natürlich einfacher zu sagen, ja, ich denke jetzt Lösungen in Form von irgendwelchen Tools, Methoden oder Best Practices. Und die kann ich dann schön verkaufen oder ich kann sie auch im Unternehmen ganz einfach einkaufen. Und dann hat man ja auch schon den Eindruck, als würden wir was tun. Aber die Frage ist natürlich, was ist das? Und aus meiner Sicht ist es ganz oft ein Thema, dass wir versuchen, eine Abkürzung im Denken zu nehmen. Und damit auch immer eine Art von, ich will mich nicht wirklich darauf einlassen, weil ich schon so ein Gespür habe, dass es mir auch wehtun könnte. Und da kann ich euch nur mitgeben, mir hat es auch sehr wehgetan. Ich habe sehr viele Einsichten gewonnen, die mich selbst, mein eigenes Selbstbild, meine eigenen Rollen infrage gestellt haben. Und viele Rollen und Denkmuster, die ich früher hatte, auf die ich auch stolz war, da kann ich heute gar nicht mehr verstehen, warum ich die mal toll fand. Aber der Weg dahin, der war nicht immer einfacher. Und deshalb glaube ich, diese Abkürzungen, die werden uns nichts bringen. Wollen wir wirklich so Zukunft denken? Wollen wir so Zukunft gestalten? Ich glaube, wir können sie so nicht gestalten. Ich denke, was wir brauchen, sind echte Musterwechsel, echte Musterwechsel im Denken. Und klar, wir haben natürlich ein Problem, dass diese ganzen Alpha-Denkmuster, die haben wir unglaublich gut geübt. Das lernen wir, haben wir sehr aus Kindheit schon angefangen zu lernen. Und deswegen laufen unsere Wahrnehmung, unsere Entscheidungen, Bewertungen total reflexartig ab. Es ist scheinbar alles konsistent, logisch, einfach normal. Es fühlt sich gut an, natürlich an. Nur, wir müssen uns bewusst sein, es ist überhaupt nicht naturgegeben. Es gibt kein Naturgesetz, das irgendwie sagt, es muss irgendwie ein Oben und Unten geben. Es ist alles in unserem Kopf entstanden. Es sind unsere Muster. Und es sind Denkmuster und Glaubenssätze, auf denen wir da basieren. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Musterwechsel haben, dann müssen wir das üben. Musterwechsel im Denken zu Beta ist anstrengend. Das müssen wir üben. Wieder und wieder. Das ist mal mühsam. Macht aber auch Spaß. Und dann haben wir wirklich eine Chance, neues Denken zu lernen, neue Muster anzulegen in unseren Köpfen. Und das ist natürlich auch ziemlich genau das Gegenteil von Wohlfühlen, von leichtgängig und auch von hip und cool. Sondern es ist einfach Arbeit. Und auf die müssen wir uns schon einlassen. Und an der Stelle, finde ich, kommt jetzt auch diese Community ins Spiel. Für mich ist eine wesentliche Aufgabe dieser Community, ganz im Sinne von Alan Deutschmann, eine Art Relate anzubieten. Also eine Community, eine Community, in der jede und jeder Beziehung knüpfen kann, die beim, sag mal, sich neu ausrichten im Kopf helfen, bei der Bildung neuer Denkmuster unterstützen können und die auch den Diskurs schärfen, sozusagen auch den Fokus aufs Wesentliche halten bei dem Denken über Beta und was ist eigentlich Beta. Und das Ganze funktioniert nur, wenn natürlich innerhalb der Community, auch gerade die, die länger dabei sind und sich klar zu Beta bekennen, sich von der von mir vorhin skizzierten auch Denkarbeit nicht verabschieden, da ernsthaft dabei bleiben und wir auch gegeneinander oder gegenseitig auch anerkennen, dass das eben mühsam ist, dass es auch schwer ist und dass es auch nicht immer einfach ist, stehen zu bleiben und zu sagen, näher an der Stelle bin ich jetzt nicht bereit, meine Position zu verlassen und es wirkt dann vielleicht auch mal etwas unfreundlich oder wie auch immer alles schon erlebt. Es ist aber wichtig, dass wir an den Kerngedanken einfach stabil stehen bleiben, weil nur dann können wir lernen und dann können wir auch wirklich einen klaren Diskurs führen. Und ich hoffe, dass es uns weiterhin so gelingt, dass wir hier in der Community dieses Level hochhalten und dass wir alle versuchen, eben nicht unter der Hochsprunglatte durchzuschlüpfen und zu sagen, wir kommen ja auch auf der Matte an, sondern wirklich versuchen, uns gegenseitig dazu zu bringen, dass wir über die Latte gemeinsam springen und dadurch wirklich nach vorne kommen und dafür sorgen können, dass das Denken, das Beta-Denken, ein anderes Denken, neue Muster tatsächlich mehr verbreitet werden. Und deshalb möchte ich euch gerne einladen, und ihr seid alle schon hier, weiter ernsthaft zu diskutieren, zu denken, gemeinsam zu arbeiten, auch gerne gemeinsam in kleinen Teams mit Kolleginnen und Kollegen aus der Community, kleine Dinge zu erschaffen, zu erdenken und die mit der Community zu teilen, Dinge zu erschaffen, die der Sache dienen und die uns alle weiterbringen und dies auch neuen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen in der Community leichter machen, hier anzukommen, leichter machen, dieses nicht einfache Thema auch zu erfassen, zu durchdenken. Und spätestens das macht richtig Spaß, wenn man zu zweit oder zu dritt arbeitet und ein tolles Ergebnis hat und Rückmeldung darüber bekommt, dass es anderen hilft beim Lernen. Und ganz in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Meetup und freue mich auf den weiteren Diskurs mit euch und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.